Der junge Mann zögerte noch eine Weile, doch schließlich zog er sein Handy aus der Tasche. Kein Netz. Der Abend ging in die Nacht über, die Nacht in den Morgen. Eine muntere Männerstimme wünschte Allen einen guten solchen und teilte ihm mit, dass es zwei Neuigkeiten zu vermelden gab, eine gute und eine schlechte, welche wolle Allen zuerst hören. Die gute, bat Allen, die schlechte kannst du einfach weglassen. In Ordnung fand Julius und teilte ihm mit, die gute Nachricht sei die, dass in der Küche schon fürs Frühstück gedeckt sei. Es gab Kaffee, Brote mit kaltem Elchbraten und Eier von den Nachbarshühnern. Dass Allen das noch erleben durfte, ein Frühstück ohne Haferbrei. Das war wahrhaftig eine gute Nachricht. Als er sich an den Küchentisch setzte, spürte er, dass er jetzt auch noch die schlechte Nachricht verkraften konnte. Die schlechte Nachricht ist die, dass wir gestern in unserem Rausch vergessen haben, die Kühlung wieder auszuschalten. Und? fragte Allen. Und? Na ja, der da drin ist jetzt tot. Allen kratzte sich bekümmert im Nacken, bevor er beschloss, dass er sich von dieser Schlamperei nicht den Tag verderben lassen wollte. Zu dumm, meinte er. Aber ich muss schon sagen, das Ei hast du perfekt hingekriegt. Nicht zu hart und nicht zu weich. Kriminalkommissar Aronson wachte um 8 Uhr morgens auf und stellte fest, dass er schlechte Laune hatte. Wenn ein alter Mann verschwand, ob nun vorsätzlich oder nicht, war das nicht die Art Fall, mit dem sich jemand mit den beruflichen Qualitäten des Kommissars befassen sollte. Aronson ging in den Frühstücksraum des Hotels. Dabei lief ihm die Empfangsdame über den Weg, die ihm das Fax in die Hand drückte, das gestern Abend gekommen war, kurz nachdem die Rezeption geschlossen hatte. Eine Stunde später sah Kommissar Aronson den Fall schon mit ganz anderen Augen. Im ersten Moment war noch nicht sicher, ob das Fax von der Notrufzentrale der Landespolizei wirklich aussagekräftig war. Aber als Aronson im Reisezentrum bei einem todblassen Ronny Hult auftauchte, dauerte es nur ein paar Minuten, bis der Mann zusammenbrach und erzählte, was ihm widerfahren war. Kurz darauf kam ein Anruf aus Eskis-Duna. Die Verkehrsgesellschaft hatte soeben festgestellt, dass seit gestern Abend ein Bus fehlte. Außerdem solle Aronson eine gewisse Jessica Björkmann anrufen, die Freundin eines Busfahrers, der offenbar entführt, dann aber wieder freigelassen worden war. Beim Frühstück ging Julius mit Alan noch einmal durch, was er alles erledigt und überlegt hatte, während sein Gast noch schlief. Zunächst der Unfall mit dem Kühlraum. Als Julius klar wurde, dass die Temperatur mindestens zehn Stunden unter dem Gefrierpunkt gelegen hatte, bewaffnete er sich vorsichtshalber mit einem Kuhfuß und öffnete die Tür. Er fürchtete sich nicht, denn wenn der junge Mann jetzt noch am Leben sein sollte, hatte er nicht einen Bruchteil der Kraft, die nötig gewesen wäre, um Julius mitsamt seinem Kuhfuß zu überwältigen. Doch die Vorsichtsmaßnahme hatte sich als überflüssig erwiesen. Der junge Mann saß zusammengekauert auf einer Kiste. Sein ganzer Körper war mit einer dünnen Eisschicht überzogen, die Augen starrten kalt ins Nichts. Kurz und gut, er war tot wie ein zerlegter Elch. Das fand Julius zwar bedauerlich, aber im Grunde auch ganz praktisch. Diesen Hitzkopf hätte man ja ohnehin nicht so ohne weiteres wieder laufen lassen können. Julius stellte den Kühlgenerator ab und ließ die Tür offen. Tod war der junge Mann sowieso. Er musste ja nicht auch noch tiefgefroren werden. Julius schürte den Holzofen in der Küche an, damit es warm blieb, und dann zählte er das Geld noch einmal durch. Es waren keine 37 Millionen, wie er am Abend zuvor geschätzt hatte. Es waren genau 50 Millionen. Alan sagte kein Wort, bis Julius zum finanziellen Teil kam. Na, 50 Millionen lassen sich aber auch viel leichter durch zwei teilen. Ganz glatt und gerecht. Wärst du mal so nett, mir das Salz zu reichen? Julius tat, worum Alan ihn gebeten hatte, und erwiderte, er hätte auch die 37 durch zwei teilen können, wenn nötig. Er erklärte, er sei an der Zeit, den stillgelegten Bahnhof für immer zu verlassen. Der junge Mann im Kühlraum könne ja keinen Schaden mehr anrichten. Aber wer weiß, was der auf dem Heerweg für Staub aufgewirbelt hatte. Jeden Moment konnten zehn neue junge Männer in der Küche stehen und herumtoben. Julius meinte, es wäre wohl das Beste, wenn sie den jungen Mann aus dem Kühlraum mitnehmen, denn es würde den beiden alten Männern wohl kaum zum Vorteil gereichen, wenn ihre Verfolger hier eine Leiche fanden. Julius und Alan holten den Toten aus dem Kühlraum und setzten ihn auf einen Stuhl, während sie ihre Kräfte für den letzten Schritt sammelten. Alan musterte den jungen Mann von oben bis unten und sagte, »Seine Schuhe braucht er jetzt doch sicher nicht mehr, oder?« Julius antwortete, »dass es heute Vormittag zwar recht kalt sei, aber dass Alan wohl eher Gefahr laufe, sich erfrorene Zehen zu holen als der junge Mann. Wenn Alan also glaube, dass ihm die Schuhe passten, sei es sicher in Ordnung, dass er sie an sich nahm, mit dem schweigenden Einverständnis des jungen Mannes, sozusagen. Die Schuhe waren allen ein bisschen zu groß, aber sie waren solide und wesentlich besser für die Flucht geeignet als ein paar ausgelatschte Pantoffeln. Als zu guter Letzt alle drei auf dem Bahnsteig angekommen waren, zwei im Stehen, einer im Liegen, fragte Alan, welchen Schritt sich Julius als nächstes überlegt habe. »Rühre dich nicht vor der Stelle,« befahl Julius, »du auch nicht,« wandte er sich an den jungen Mann und lief in einen Schuppen hinter dem Nebengleis. Ein Augenblick später erschien er wieder mit einer Fahrraddresine. Julius saß vorne und tat die Hauptarbeit. Alan saß direkt hinter ihm und ließ seine Füße einfach nur der Pedalbewegung folgen und der Tote saß auf dem Sitz auf der rechten Seite. Sein Kopf war so an einem Bürstenstiel festgebunden, dass er in aufrechter Position gehalten wurde und vor den leerstarrenden Augen hatte er eine dunkle Sonnenbrille. Es war fünf vor elf, als die Reisegesellschaft aufbrach. Drei Minuten später fuhr ein dunkelblauer Volvo vor dem stillgelegten Bahnhofsgebäude von Bühring gefohr. Diesem Auto entstieg Kriminalkommissar Göran Aronson. Vorsichtig betrat Aronson den Bahnsteig, der keinen allzu stabilen Eindruck auf ihn machte. Er öffnete die Tür und rief, »Hallo, jemand zu Hause?« Da er keine Antwort bekam, ging er die Treppe in den ersten Stock hinauf. Doch dieses Haus wirkte durchaus bewohnt. Im Küchenherd glühte immer noch die Asche und auf dem Tisch stand ein fast ganz aufgegessenes Frühstück, zwei Gedecke und auf dem Boden ein paar ausgelatschte Pantoffeln. »Never Again« bezeichnete sich offiziell als »Biker-Club«, war aber nichts anderes als eine kleine Gruppe kriminell vorbelasteter junger Männer, angeführt von einem kriminell noch stärker vorbelasteten Mann mittleren Alters. Allesamt hegten sie kriminelle Absichten. Der Anführer der Gruppe hieß Per Gunnar Gerdin. Aber niemand wagte ihn anders zu nennen als Chef, denn das hatte der Chef selbst so bestimmt. Und er war fast zwei Meter groß, wog um die 130 Kilo und fuchtelte gern mit Messern herum, wenn ihm irgendjemand oder irgendetwas gegen den Strich ging. Dabei hatte er seine kriminelle Karriere eher vorsichtig begonnen. Mit einem gleichaltrigen Freund importierte er Obst und Gemüse nach Schweden, schummelte aber bei der Angabe des Herkunftslandes, um zum einen Steuern zu sparen und zum anderen einen höheren Kilopreis von den Kunden verlangen zu können. Sein Kompagnon war im Grunde ganz in Ordnung, nur leider war sein Gewissen nicht flexibel genug. Das zeigte sich, als der Chef vorschlug, Formalin in Lebensmittel zu mischen. Also gingen die beiden ab da getrennte Wege. Allerdings wurde auch nichts aus dem Formalin, weil der Chef auf die Idee verfiel, sich einfach eine Wollmütze über den Kopf zu ziehen, seinen allzu seriösen Konkurrenten Obstimport Stockholm zu überfallen und die Tageseinnahmen einzusacken. Mit Hilfe einer Machete und des wütenden Schreis »Her mit dem Geld sonst« war er zu seiner eigenen Überraschung mit einem Schlag um 40.000 Kronen reicher. Warum sollte man sich also weiter mit mühseligen Importgeschäften herumschlagen, wenn man so gutes Geld verdienen konnte, fast ohne einen Finger rühren zu müssen? Also behielt er diesen eingeschlagenen Weg bei. Meistenteils ging es gut. Nur ein paar unfreiwillige Ferien musste er einlegen, während der beinahe 20 Jahre als selbstständiger Unternehmer in der Raubüberfallbranche. Doch dann fand der Chef, dass es Zeit wurde, in größeren Dimensionen zu denken. Er besorgte sich zwei wesentlich jüngere Handlanger, denen er selten dämliche Spitznamen verpasste. Den einen nannte er Bolzen, den anderen Humpen, und mit denen er erfolgreich zwei Überfälle auf Geldtransporter durchführte. Ein dritter Überfall endete jedoch damit, dass alle drei viereinhalb Jahre im Hochsicherheitsgefängnis Hall landete. Da kam dem Chef die Idee zu Never Again, und er begann, Pläne zu schmieden. Zunächst sollte der Club aus ungefähr 50 Mitgliedern bestehen, verteilt auf die drei Einheiten Raub, Drogen und Erpressung. Der Name Never Again entsprang der Vision, dieser kriminellen Organisation eine derart professionelle und wasserdichte Struktur zu geben, das von Justizvollzugsanstalten nie mehr die Rede sein würde. Never Again sollte das Real Madrid der organisierten Kriminalität werden. Anfangs lief der Rekrutierungsprozess richtig gut, aber dann geriet ein Brief von seiner Mutter in der Anstalt auf Abwege, bevor er in seine Hände gelangte. Sie schrieb, ihr kleiner Peer Gunnar solle im Gefängnis aufpassen, dass er nicht in schlechte Gesellschaft geriet. Außerdem solle er auf seine empfindlichen Mandeln Acht geben. Da half es nichts mehr, dass der Chef ein paar Jugoslawen beinahe abstach und auch sonst für reichlich Rabatt sorgte. Seine Autorität war auf immer dahin. Von den 30 bis dahin rekrutierten Männern sprangen 27 ab. Abgesehen von Bolzen und Humpen blieb nur noch ein Venezolaner, José María Rodríguez, wobei Letztra heimlich in den Chef verknallt war, was er sich aber nicht mal selbst eingestanden hätte. Wie dem auch sei, der Venezolaner bekam den Namen Caracas nach der Hauptstadt seiner Heimat. Und eines Tages wurden seine drei Handlanger und er aus dem Gefängnis entlassen. Erst erwog der Chef, das ganze Unternehmen Never Again wieder fallen zu lassen. Aber dann traf es sich so, dass Caracas einen kolumbianischen Kumpel mit flexiblem Gewissen und zwielichtigen Freunden hatte. So führte eins zum anderen und durch die Tätigkeit von Never Again wurde Schweden zum Transitland für den Handel des kolumbianischen Drogenkartells mit Osteuropa. Die Geschäfte weiteten sich immer weiter aus und man hatte weder Anlass noch Personal, um die Unternehmenszweige Raub und Erpressung noch zu aktivieren. In Stockholm hielt der Chef Kriegsrat mit Humpen und Caracas. Irgendwas musste mit Bolzen passiert sein in diesem Stümper, der mit der bis dato größten Transaktion des Clubs beauftragt worden war. Der Chef hatte am Vormittag Kontakt zu den Russen aufgenommen, die jedoch Stein und Bein schworen, die Ware bekommen und die Bezahlung übergeben zu haben. Sie meinten, wenn der Kurier von Never Again anschließend mit dem Geldkoffer abgehauen sei, könnten sie das nicht zu ihrem Problem machen. Aber wenn Never Again sie in dieser Angelegenheit zum Tanz auffordern wolle, bitte, dann würden die Russen nicht Nein sagen. Der Chef ging also bis auf Weiteres davon aus, dass die Russen die Wahrheit sagten. Außerdem war er sicher, dass sie sich besser aufs Tanzen verstanden als er. Und dass Bolzen mit dem Geld durchgebrannt war, schloss er aus. Dafür war der Kerl einfach zu blöd. Oder zu schlau, je nachdem, wie man die Sache betrachtete. Es blieb also nur die Möglichkeit, dass jemand von der Transaktion gewusst, Bolzen ausgeschaltet und den Koffer beschlagnahmt hatte. Aber wer? Der Chef brachte die Frage im Kriegsrat zur Sprache, bekam jedoch keine Antwort. Das wunderte ihn nicht, denn er war schon lange zu dem Schluss gekommen, dass seine drei Handlanger ausgemachte Idioten waren. Trotzdem schickte er Humpen auf die Suche, weil er glaubte, dass der Idiot Humpen nicht ganz so idiotisch war, wie der Idiot Caracas.